Willkommen auf meinem Kanal. Alter, man spielt's. So. Ich war... keine Ahnung, wo ich war. Auf jeden Fall wollte ich... genau, ich hatte mir das so zwischendurch mal geguckt. Ich werde in dieser Folge mich darum kümmern, dass Cronfold ein wenig besser geht. Sprich, ich brauche... Hier... Reichen Sie mir nicht den Schierlingsbecher? Ähm... Fleischkonserven und für die Zufriedenheit baue ich Varieté. Ich habe hier noch kein Varieté. Wo könnte ich ein Varieté bauen? Wo haben wir das überhaupt? Da. Wie groß ist es denn? Und ich sollte hier vielleicht auch schon Lufthanger bauen. Ich habe hier gar keinen Platz gelassen. Jetzt das Varieté hier hinsetzen. Aber warum nicht da? Müsste reichen, um die... So, setz' ich das. Ja. Und davor mach' ich... Nein. Platten. So. Das sieht halt auch einigermaßen... ...gut aus. Kann ich noch Wohnungen da hinsetzen? So, 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 so. Und hier kommt auch ein bisschen Park oder sowas hin, würde ich sagen. Äh, da ist Park. Was passt denn zum Varieté? Na, falsche Taste wieder, ich wollte mich bewegen. Ja, ach, das find' ich gut so. Bogen? Nee. Zaun? M-m. Reiterstatue. Die Rübe war so groß wie ihr Kopf. Piazza-Bänke. Ja, da können die Leute sich ein bisschen hinsetzen. Soll ich dann hier so eine Abgrenzung hinmachen? So. Ah, das sieht doch gut aus, würde ich sagen, ne? Müßte ich nur noch was da hinsetzen. Zeitungsstand. Warte mal. Nee. Hm, Denkmal. Hm. Springboden ist zu groß. Ist auch zu groß. Pavillon? Nee. Was könnte ich da... Warte, ich mach nochmal solche Platten dahin. Genau. Genau, ich tausche das mal. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Oh. Veredlerinnen. Produktiv 20%. Was macht die denn? Bei mir fallen uns alle Bordtürme. Uh. Ich brauch unbedingt mehr Einfluss. So, und du gehst so dahin. Ja, das find ich gut. Das sieht doch noch was aus. So, jetzt gucken wir mal, ob die hier oben... Das Leben ist wie Salzwasser. Ah, es reicht, das Varitee kommt bis dahin. Wunderbar. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Die brauchen wir jetzt aus. Hm. 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 Das Varitee haben wir. Was wollen wir uns denn jetzt, äh, kümmern? Hm. Als erstes werden wir Konserven machen. Das kommt später dran. Ich meine, ich hätte letztes Mal auch dafür gesorgt, dass hier Baumwolling kommt. So, wir brauchen... Hier unten haben wir die Insel. Die nehmen wir für Paprika. Hier habe ich genug Arbeiter. Na, Bauern. Ähm. Es mangelt an Arbeitskraft. Äh, ja. Das brauche ich wieder hier. Heichhörnchen-Syndrom. Ähm. Sie führen uns in eine strahlende Zukunft. Robera. Wir überleben. Oh, gebackene Bananen brauchen die. Habe ich hier nicht gebackene Bananen rüber? Ähm, gebackene Bananen. Ja, wo ist das Luftschiff? Neue Welt. Ähm. Neue alte Welt. Nein. Wo finde ich denn jetzt mein... Da. Ähm. Neue Gruppe erstellen. Gruppe umbenennen. Ja, ich gehe schon wieder. Neue Welt. So, und du musst, ähm, auch mal umbenannt werden. Neue Welt. Also Welt, mache ich mal. Dann ist das klarer. Achso, jetzt ist es da. Ach, wegen... Ja, ja. oh ja das mache ich das finde ich cool mit dem ja weiß dass der austausch ist genau und jetzt suche ich dich 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 suche ich du sollst hier gebackene bananen laden und da ausladen wunderbar dort machen wir annehmen so dann kommen die gebackene bananen schon mal wieder hin hier wenn die gebackene bananen sind können die auch aufsteigen ja gebackene bananen fehlen also zurück zum cup wir wollten hier paprika anbauen wie sieht es denn hier aus die kleinen feldmäuschen ich könnte hier fehlt nichts gutes zu sagen aus aber ich könnte die auch da will ich doch gar nicht erhöhen sehe ich gerade ja warten wir noch mit die brauchen auch wir jetzt ausfällt mir gerade ein glaube ich die arbeiter hier wollte ich eine schule machen nein da muss ich gucken produktion schnaps sieben ja ich glaube ich produziere zu wenig schnaps getreide brauche ich auch ne brauche ich gar nicht produziere welches braucht keins ok dann lassen wir das mal gucken wir erstmal schnaps ich werde das einfach noch mal kopieren hier so und da dran setzen würde ich sagen geht nicht muss so machen muss eine doppelte straße nehmen wir doch kurz dann drehe ich das dann mache ich das so ja so das sieht doch gut aus und produktion ja über produktion jetzt sogar dann wollen wir mal gucken dass ich hier paprika herstelle paprika wer macht paprika die machen paprika aber ich brauche dann bestimmt noch ein getreidefeld angefangen zu bauen noch eins doch was ich mal moment dann machen wir das mal hier erst noch ne lagerhaus hin so dann machen wir den weg hier durch und dann mangelt an arbeitskraft kommt hier ja ich weiß es doch paprika gebäude hin im moment das setzt sich ein bisschen rüber ein und dann machen wir hier die straße noch lang so genau dann machen wir hier straße mal so und eine straße bis hier warum habe ich jetzt noch länger da du kannst jetzt erst mal deine felder hier rein so brauchen wir noch menge du wirst den rand hier ausnutzen hier 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 so wir kümmern uns hier um alles da kann ich gleich noch einer neben setzen oh da habe ich einen fehler gemacht sehe ich gerade einfach mal hier das auch hier oder hier hier dann kommst du noch daneben wunderbar so machen wir das auch kommt noch eine hin gleich 108 dann kommt noch einer daneben den Weg ein bisschen verlängern hier haben wir noch Platz aber ja so Paprika-Felder das sieht auch cool aus irgendwie finde ich so am steil hang jawohl und hier könnte ich noch mal hinsetzen soll er bau produziert mal vier stück das brauche ich noch in der farm nicht zu wenig ich kenne ein paar die in die fabrik gegangen sind und jetzt hat es schon zwei von ihnen die finger ja hier habe ich doch in der farm gebaut ne genau ach da habe ich sogar mit dingern gemacht dann brauche ich hier noch fahren das lassen wir so bei hinten kommen meine felder hier mit holz abgebaut hier ist die stadt dann könnte ich hier mal gucken hier soll die so eine rinder farm hinbauen würde ich sagen ich weiß gar nicht ob die rinder wächst in die richtung ne hier habe ich noch eine lehmgrube aber habe ich ja genug mal gucken wir bauen erstmal eine rinder farm so machen wir dich weg jetzt mal gucken wie wir dich bauen so kommen wir hier hin so du bekommst auf jeden fall ein silo wie war das noch mal so vier stück bin mir nicht mehr sicher wie das war man kann das hundertprozentig machen vier hier habe ich aber einen großen das gefällt mir nicht moment mal kurz schiff vom stapel gelaufen das gefällt sich gut an noch ein luftschiff wie war das nochmal konnte man ein quadrat raus machen das weiß ich wie kann man das machen ok ich mache mal kurz hier pause so ich habe es wieder rausgefunden ohne dass ich ihn wieder eingucken musste das ist mit silo wunderbar so gefällt mir das ähm die waffenruhe wurde beendet wo setze ich euch denn hin ähm da ist genau da mache ich nämlich daneben so und ich sehe schon da ist ein fehler unterlaufen das sollte eigentlich näher dran sein ja so die wahren stapeln sich hier welche wahren ihr habt noch gar nicht angefangen zu arbeiten so machen wir das kleinen weg für die leute ich brauche ein lager so dann kommt ein lagerhaus hier hin direkt davor direkt davor so und ein lagerhaus mache ich hier hin das ist doch cool für den anfang dann können wir hier gucken dass hier die die und dann grenzen wir das mal ein irgendwie finde ich das cool wenn man eingrenzt mit großen büschen das passt irgendwie so sieht schön ländlich aus finde ich cool ich bin nicht der absolut schöne bauer so ein bisschen schön möchte ich schön haben ähm ja jetzt produzieren wir ähm ähm getreide haben wir ja mhm mhm sie sind in acht da auch finde ich ja cool ähm sie ehren meine familie warum ich will sterben ich will sterben aber nicht heute angeholt zwei stunden forderung ja nehme ich doch an sei froh wir lassen nur selten jemanden am leben ja da habe ich wieder was versenkt ähm so crownfall kriegt so jetzt müssen wir mal gucken ich habe hier eine schiffswerft da baue ich einen ich muss mit meinen Einflusshaushalt die kostet mich nur zwei ich nehme mal den clipper den baue ich hier oder habe ich hier sogar einen clipper mal kurz habe ich hier nicht einen clipper fregatte die über ist ne der fährt das habe ich immer noch nicht geklärt mit dem ganzen holz dann muss ich mal gucken dann baue ich hier die ja ich baue hier die sache mit der industrie boah ich habe gar nicht genug Leute die vermählung von himmel und erde nein gibt keine allianz ja in ordnung da habe ich warum mache ich das so weit auseinander was ist das denn Stahlwerk Stahlwerk da habe ich schon vorgebohrt alles hier ist Nähmaschine dann bauen wir Konservenfabriken hier hinten sollen würde ich sagen ich benötige ich brauche noch mehr Paprika füllen wir gerade ein ich brauche zwei Paprika zwei Rindfleisch 2 2 2 Eisenmine äh Eisen ich muss um die guckt wegen mein Geld Eisenmine hm ich brauche noch eine Eisenmine ja oder oder ich mache ich lege dich still wir machen hier nichts mehr so wie sie es gesagt haben und ich lege dich still und dann habe ich Eisen weil ich habe tausend Stahlträger hier liegen hm 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 oh dann bauen wir jetzt hier hinten eine Dings und eine Dings und eine Dings wie heißen die denn das ist eine das ist eine Großküche und das ist die Konservenfabrik und ich brauche 1,3 1,5 die stellen zwei her 2,4,6 3 machen 3 dann brauchte ich 2 davon wenn ich mich nicht irre 3 Großküchen ja das mache ich gleich ich will die erstmal nur bauen und dann werden die jetzt werden die gleich gucke ich wie ich mache das äh äh ja ich mache die hinten hin ganz am Rand genau und ihr kommt direkt daneben aber ich mache ne ihr kommt hier hin weil dann werde ich nämlich jetzt die Straße runterziehen so und so und du kriegst auch eine Straße direkt da dran so dann haben wir das doch und Kannst du diese Sache auf den Grund gehen? hm ja machen wir Liefern Leuchtturm Starr Quarz das ist aber was anderes ne Erreiche tausche Echolots ok da muss ich mit meinem Schiff hier hm da ist mein Schiff äh wie finde ich das denn jetzt ähm 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 wie kann ich hier meinen mal ob ich das jetzt an ähm ich höre die abdrehen ähm ich höre die das ist eine gute frage wieder sehe ich das irgendwo hier anzahlen von insel das ist ja was für mich steht der hätte man nicht angenommen wie kann ich das finden alternativen echolot oder suchen entdecke die übliche geschehen fernung sollte ja lange mit hilfe erreiche tauchsteller mit hilfe des echolots kann ja überall sein kann ich das irgendwo hier sehen auf der kleid oder war ne das ist ein blaues licht ich fahre einfach jetzt mal so und du kriegst erst mal einen auftrag zum handeln ja ware laden paprika und das bringst du dahin und lädst da aus so annehmen so du bist zu hallo ja ja sagen wir es doch perfekt so wo haben wir denn da gefunden und seit die wellen von ihm ja sieht das gut aus sieht das nicht gut aus ich weiß es nicht was hört sich gut an und nach welchem signal muss ich gehen nach dem oder nachdem moment mal kurz was ist das da hinten ist das vielleicht kann ich mal ganz kurz hier hingehen und gucken was meine ja wir brauchen hier noch ein lager könnt ihr aus dem lager holen die bringen das lager und dann kann ich notfalls hier noch mal welche dran setzen drei und zwei ja lassen wir so bereit für den einsatz ich muss so wie den brettern ändern ähm da haben wir doch was und schauen wir mal und ich bin ja ich bin belohnung gefunden wunderbar so dann fahren wir mal dahin diplomatie wer hat krieg handelsrechte handelsrechte nein muss ich hier mal gucken du fangen es rechte krieg alles gut in ordnung wo kommt mein da da baumwolle das ist nur auf dem weg so aber ich brauche mehr paprika definitiv muss ich noch paprika anbauen ich habe das sind ja 2468 weil es muss ja doppelt rechnen weil die sind ja dann bauen wir hier noch wie geht's mal ganz gut moment mal kurz wie groß alle losen verbunden ja du bist schneller als der elektrische telegraph wunderbar machen wir dann so kannst du und dann bauen wir hier noch eine hin dann haben wir unsere hoffentlich unsere versorgung erstmal so ja machen wir so dann haben wir es schön abgegrenzt so ja es passt dann haben wir hier noch mal ein kleines kornfeld das passt doch ein zwei drei vier fünf sechs sieben ja schön 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 gucken wir mal produktion 4 5 ok müsste ich noch eins dazu machen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 und nur hier eine rein hauen hier ein abseits gelegenes paprika feld und das könnte ich machen so du bist dann moment da ist ein weg der gefällt mir nicht so und so dann haben wir doch so machen wir das wer weiß was wir hier noch einsetzen können ja das gefällt mir irgendwie nicht ja das gefällt mir irgendwie nicht du kommst hier hin das gefällt mir besser wenn du da bist ja ja so gefällt mir das besser vielleicht passt dann auch noch ein paar paprikanotfalls rein ja und wir haben dann ich hab doch eins fertig gebaut ich hab doch eins fertig gebaut muss doch eins mehr werden ja das müssen wir dann produzieren erstmal ah Traktor kann ich auch schon bauen ne ja Traktorscheune fällt mir gerade ein ähm Traktorscheune hat bringt mir das erhöht die produktiv größere Anbaufläche können durch wenige arbeitskräfte geschäft werden Traktoren verbrauchen Treibstoff ja das ist ja da muss ich auch mal gucken ähm brauche ich wieder Öl ja gut ich würde sagen wir sind heute haben das gemacht und haben nicht eigentlich noch nie gespielt wir haben für Cronfall Konservenfabrik gebaut das Schiff müsste ja auch schon angekommen sein Nein Cronfall 1 1 ok die produzieren aber ja der letzte Schliff und tadaaa ja warum bringen die da rüber die sollen doch zum zu dicht zu dicht zu dicht oh Gott die bringen das nur hier hin und auch nicht bis dahinten hin na egal dann haben wir jetzt so unfällig ah die bringen das bestimmt da hin so ja ok ja fängt jetzt demnächst an dann würde ich sagen beende ich heute mal hier die Folge ich sag mal bis zum nächsten Mal ciao ciao Ciao.